Der German Design Award ist für uns wichtig, weil es ein riesengroßes internationales Gremium ist, das die Entscheidungen trifft und dass eine neutrale Instanz diese Bewertungen durchführt. So ein Designpreis ist ein Auszeichnungsmerkmal, das ist gegenüber dem Endkunden eben einfach ein Indikator dafür, dass hier saubere Arbeit abgeleistet wird. Die Internationalität ist sehr wichtig für den German Design Award. Ich komme gerade zurück von einer Messe in Dubai und dort ist deutsches Design made in Germany und alles als höchstes angesehen. Ich freue mich, Sie zur Verleihung des German Design Award begrüßen zu dürfen. Erstmal bei einem Sohn erfreulich und Qualitätsniveau. Wenn man einen Designpreis vermarkten möchte, dann muss das Umfeld natürlich auch international sein. Da bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir mit unserem Produkt einen Gold Award gewinnen konnten. Es ist natürlich toll, wenn man ein Produkt kreiert und designt, dass man dann sagt, eine Jury erkennt das und sieht das, was man da nicht nur an Herzbruch, sondern auch an Innovation oder an Designqualität reingepackt hat. Für uns ist der Design Award eine ganz besondere Auszeichnung. Wir haben in den letzten 20 Jahren kontinuierlich unsere Designkompetenz aufgebaut und ausgebaut und sehen dies somit als Bestätigung unserer Arbeit. Es ist wirklich spannend, heute zu sein und zu bekommen den German Design Award. Und wir werden alle unsere Design-Efforten zu entwickeln, zu entwickeln gute Produkte und zu entwickeln positive Erfahrungen für die Leute zu nutzen. Es ist eine Auszeichnung, die im Lebenslauf sehr, sehr prägend wirkt. Und es gibt einem ein Selbstbewusstsein und das ist gerade für die jungen Designer extrem wichtig. Man malt sich das ja irgendwie ein bisschen aus, manchmal so, was wäre eigentlich, wenn... Einer von uns wird dann ja auch den Newcomer Award bekommen. Da zittern wir alle schon ein bisschen. Wir fünf Finalisten fühlen uns auch total geehrt, hier überhaupt dabei sein zu dürfen. Allein hier dabei zu sein und wenn man sich den Rahmen mal anguckt, das ist schon echt ganz groß. Der Newcomer beim German Design Award 2016 ist... Eva Müller! Ich bin wahnsinnig stolz auf mich. Für die zukünftige Arbeit heißt es für mich eine Motivation, dass ich wirklich ein Designer werde, der auf seinen eigenen Weg geht. Ich bin wahnsinnig stolz auf mich. Untertitelung des ZDF, 2020